Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von Harry Potter. Wir machen am besten im Hogwarts-Gelände weiter. Und suchen am besten da noch die letzten Teile. Was ist denn hier? Seht ihr das? Da war doch jetzt einer, oder sehe ich das jetzt falsch? Hier war doch jetzt einer. Da habe ich das jetzt nicht richtig gesehen. Ach, der, dieses Spiel. Okay, dann schieben wir uns hier durch. So. So. Ah, schön, da ist ein Schild. Ach, da oben ist einer. Okay. Ah, super. Ach, da oben. Wie komme ich da ran? Gar nicht. Also, das ist doch mal wieder. Hallo. Also, wie komme ich denn jetzt da hoch, Digga? Wie komme ich denn jetzt an dieses Ding da oben? Digga, wer hat denn so einen Scheiß erfunden? Ach, ja. Geht an. Komm ich hier rauf? Nee. Wieder typisch, Digga. Och. Hallo. Hier komme ich rauf, oder was? Gefällt mir nicht, egal. Na ja, was haben die das jetzt hier aufgemacht? Tunstützenkässe zu zerstören. Ah, okay. Ah, sehr gut. Hier brauchen wir damit noch fünf, oder? Ja, okay. Ah, wir gehen wieder in den Haugwärtsgeländer. Wir gehen wieder hier runter. Ups. Digga. Digga, hä? 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 Ach, diese dumme Fotze ist wieder im Weg. Okay. Ah, was ist aber, was passiert dort, ne? Ah, sehr gut, einer. Warte mal. Als ob, Digga. Fick doch deine Mutter, Digga. Okay, und wie komme ich jetzt an den Wixer ran? Okay. Das muss ja, irgendwie muss ja die Lösung sein, oder nicht? Verstehe ich nicht. Nö, das rief nix. Wie kann ich auch nicht mit Aktionen da jagen? Warte mal. Warte mal. Alter, weil die so dumme Fotze in den Weg sind. Und das noch zählt. Und das noch zählt. Ah ja, hier. Okay. Und dann? Aha. Okay, okay, okay. Versache. Gut zu wissen, Digga. 100 Jahre später. Digga, ich will nach vorne. Ja. Ach. Ach, Schlecher. Geh nochmal in Hogwarts-Gelände. Da ist noch einiges mehr. Ich weiß, ich spüre das. Ich fühle das richtig, dass da noch einiges mehr ist. Mann. Ach. Du bist ja schon. Da steht ja 100 Jahre da, Digga. Du blöde Fotze. Ich will ja auch da gehen nach vorne. Komm, ich hasse deine Mutter und dich, Alter. Jedes Mal geht er mir auf den Sack, Digga. Jedes Mal geht er mir auf den Piss. Von vorne bis hinten, Digga. Jedes Mal dieser Trottel. Ich nehme mal einen Film zum Trottel, so genau auch hier einen Trottel. Okay, aber da muss es ja logischerweise gleich nochmal weitergehen. Warte mal. Digga. Okay. Warte mal. Okay. Aber warte mal, ist es dann damit auch zu Ende hier? Ganz zu Ende? Sieht so aus, warte mal. Geht's irgendwie weiter oder so? Ah, ja. Wieso kann man die doch zerfetzen? Warte. Nee, die geben nur Bohnen. Ah, Turm zu sterben, warte mal. Ah, ja. Ja, jetzt hab ich sechs davon. Okay, warte mal, ich versuche es mal mit dem. Ach, Digga. Hier gibt's kein Turm mehr. Sieht ihr, was so wagt ist? Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Gut, dann wäre das das wahrscheinlich. Hier. Auf alle Fälle hier. Dann sind wir auch soweit hier. Dann sind wir auch soweit hier. Dann sind wir eigentlich auch fertig hier. Warte mal. Dann verpissen wir uns. Warte mal, hier ist noch ein Eingang. Ah, da sind wir mal runtergegangen. Okay. Ach, Digga. So blöd anzuheben. Auch mittlerweile. Willst du mich verarschen? Warum kommen da jetzt die zwei hin? Danke, dass du es auf mich schmeißt. Ach, so ein Trottel, dieser Run. Egal in welcher Hinsicht. Geht auch auf. Ah, sehr gut. Hm. Ist das ein großer? Ja. Okay. Warte mal. Falsch gelaufen. Warte mal, wir müssen runter. Sieben. Bist du noch irgendwas? Ne Ah, ok Acht Warte mal Lol Lol Warte mal Du blöde Fotze, sollst doch nicht rauf Muss ich mich hier an der Seite rauf? Ne, warte mal Da war doch noch ein zweiter Würfel Warte mal, kriege ich den eigentlich? Warte mal Hey Kriege ich den zweiten Würfel eigentlich hierher? Nein, nicht runter Warte mal, lass die alle hier rauf So, jetzt Sollen die ihn anheben Ne, keine Chance Also muss das mit dem anderen Würfel gehen Okay Ah, Mann Weil alle drei hoch müssen Alle, da müssen dann alle kommen Habe ich euch gesagt, komm hoch oder was? Blöde Fotze, Digga, geh da runter Habe ich ihn an, Junge Habe ich ihn an Ah, scheint gut gelaufen zu sein Warte, erst den kleinen Ja Okay Okay, warte mal Komm schon Ja, der Große So, wie viel haben wir jetzt? Oh, zwei, Digga Geil Okay Wir haben noch sieben Minuten in dem Pod So, wie viel haben wir jetzt? Immer muss diese Fotze mit rauf Bleib doch unten Jetzt kann ich mich ins Eck drücken Komm, drück dich ins Eck drücken So Ha Jetzt kann ich rauf Yes So, die Frage ist jetzt aber Für was ist dieser zweite Ah, die Trotteln sind es nicht hochkommen Warte mal Ne, der ist für die andere Seite Ah, so wie es scheint Ist das von der anderen Seite Sekunde mal Ah, ja Okay Was bedeutet, müssen alle drei rauf? Alle drei müssen rauf Warte mal Nein, 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 nein Warte, das ist anders Sekunde Ist das so? Aber für was das Ganze? So? Ah, okay, weil unten noch Ach, Digga Weil es unten noch brennt Nein, ich habe das nicht gesagt So ein Schmarrn, Digga Weil es unten noch brennt Okay Okay, 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 okay Und dann hat er nicht kaputt gelandet Ja, spring doch ab Okay, schön, dass du da rauf gehst Nicht zugehört, aber egal Nein, nicht darüber Schön, warte mal 10% sammeln Scheiß drauf So, warte mal Hier kannst du sie aber nicht wachsen lassen So ein Scheiß Okay, dann müssten wir jetzt hier Wieder zurückgehen Hier rauf gehen Und dann hier entlang gehen Dann müsste ja logischerweise Gleich noch einer sein Warte Ist hier was? Nee Okay Lass auf, Digga Okay Lass auf, Digga Was ist hier? Naja, hier ist irgendwas Warum kann man sich überhaupt hier hinstellen? Da ist nix Okay Ah, jetzt kommt jeder Dieses Final Battle Ach, Digga Okay Ist hier noch irgendwas anders? Nee, irgendwie nicht, gell? Seltsam, Digga Sehr seltsam, alles Komisch Vor allem den zweiten Eingang Verstehe ich nicht Okay Kessel heben Kann ich denn hier den Kessel heben? Nein Okay Und warum Was soll das hier? Ich verstehe das nicht Mit dem Kessel heben Wo soll ich denn hier Ein Kessel heben, Digga? Muss hier noch irgendwas sein? Hier muss doch dann Irgendwas sein, Digga Dann war doch hier mal was Mit einem Teil oder so Irgendein Ding Aber dann war es das ja schon Weil das quasi ja nur noch dort ist Oder nicht? Nach oben gucken kann ich nicht, ne? Der kann jetzt nicht verarschen Okay Dann ist es halt wieder das Finale Aber das ist ja auch gemacht Ja, auch keinen Sinn Warte mal Aber ich habe doch neun Das bedeutet Einen fehlt mir noch Irgendwo hier Okay, warte mal Was passiert eigentlich Wenn ich den Linken zuerst anhole? Okay Okay Was passiert, wenn ich den anhole? Okay Dein Ernst? Danke fürs da nebenhauen, Digga Willst du mich verarschen? Ich habe Viereck gedrückt Oi Haben die jetzt Gottmode oder was? Meine Fresse So, das war es schon eigentlich Wer gibt es nicht Diesen scheiß Gelände Nur die drei Und dann noch auf Fertig Okay So steht man einer, Digga Hallo, Professor Trottel Hier unten raus Aber irgendwo ist er ja stecken, Digga Der eine Hier waren wir schon Wir sind hier auch fertig Eigentlich Es gibt nur neun Es gibt keine zehn, Digga Die zehn gibt es gar nicht hier Ja, wieso der so durch bemüht Kann ich den anheben, den schwarzen? Ne Was ist denn da dazwischen? Okay Gehen wir runter zu den Wasserhosen nochmal Vielleicht hier habe ich was hier gesehen Ne, ist nur ne zweite Weg, gell Kann ich von hier eigentlich? Ne, ne? Hm 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 ok wenn die steine herbringen lohnt sich ja nicht das wird ja nicht weitergeladen hier was selbst an alles na gut hier brauche ich zwei noch schon in der kreuten konnte noch mal da muss noch etwas sein dann sehen wir uns aber auch in der nächsten folge wieder in harry potter das euch gefallen hat dann lasst mir ganz 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 gerne ein abo da und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder rein